Lust auf einen Beruf mit allerbesten Verdienstmöglichkeiten, mit nur 8 Monaten Ausbildung und 4 Monaten Praktikum. Mit garantierter Zusage einer Festeinstellung ganz in Ihrer Nähe. Dann werden Sie Fahrlehrer und Fahrlehrerin in der Verkehrsfachschule Rheinland GmbH. Informieren Sie sich jetzt über die vielfältigen Fördermöglichkeiten und über Ihren Traumberuf, auch mit Bildungsgutschein. Professionell und qualifiziert, wir sind amtlich anerkannt und zertifiziert. Ihre Fahrlehrer aus und Weiterbildungsstätte in Niederkassel, zwischen Köln und Bonn. Steigen Sie ein in einen Job, der Zukunft hat. Verkehrsfachschule Rheinland GmbH. Wohnsache Immobilien feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Dazu wurden im März Freunde, Familie, Kunden und Geschäftspartner zum gemütlichen Feiern in Buch eingeladen. Das Team von Frank Badlewski und Cornelia Stoltefaut betreut seit 2009 den Immobilienmarkt im gesamten Rhein-Sieg-Kreis sowie im Oberbergischen Kreis. Sie bieten alles rund um die Sache Wohnen an und dabei steht für sie Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit im Vordergrund. Das engagierte Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche und begegnet den Kunden mit einer Fülle von Fachwissen sowie wirtschaftlicher Kompetenz. Frank Badlewski und Cornelia Stoltefaut bedanken sich für die zahlreichen Unterstützungen, sei es aus dem familiären Kreis oder auch den Kunden und dem Bürgermeister aus Moch. Ja, wir haben jetzt unser 10-jähriges Jubiläum, ihr könnt es selber kaum fassen. 10 Jahre, die wir zurückblicken, ist doch einiges passiert. Wir haben vor 10 Jahren hier in Moch in einem kleinen Fachwerkruß haben wir erst angefangen, uns entschlossen, damals zu dritt ein Immobilienbüro zu eröffnen. Ja, in all den Jahren haben wir natürlich viele Höhen und auch viele Tiefen erlebt. Von daher sind wir jetzt auch schon ein Stück weit stolz drauf, dass wir jetzt so den ersten Meilenstein der ersten 10 Jahre geschafft haben. Ich hoffe so, dass wir das erstmal in den nächsten Jahren noch so weiterarbeiten, wie es ist, vielleicht noch irgendwie in irgendeiner Form wachsen können. Ja, und dann ist meine persönliche Hoffnung schon, dass wir vielleicht auch eines unserer Kinder oder meiner Kinder vielleicht mal ein Praktikum machen, dass wir dann auch Lust haben. Und ja, das ist so die Hoffnung. Das Team von Wohnsache Immobilien freut sich auf viele weitere Jahre in Moch.